KMU ist Motorhuser der Wirtschaft. Wir beschäftigen fast 89 Prozent Arbeitskräfte. Wir ermöglichen viele Lehrstellen und es ist sehr wichtig, dass die Betriebe, die Lehrstelle ermöglichen, auch unterstützt werden, dass sie beim Papierkram entlastet werden. Wir leben in einer Zeit, in der es sehr viele Fachkräftemangel gibt und man sollte Berufsbildung noch mehr aufwerten. Dafür setze ich mich auf Bundesebene ein. Viele Gastronomen haben auch ganz klein mit allen ein kleines Budget begonnen und diese Menschen sind für unsere Gesellschaft sehr wichtig. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass auch viele Gastronomen in der Politik aktiv sind.